Die UEFA Europa Conference League ist einer der neuesten Projekte der UEFA und ist neben der UEFA Champions League und UEFA Europa League der drittwichtigste internationale Wettbewerb im europäischen Klubfußball. Wie sinnvoll die Einführung eines weiteren dritten europäischen internationalen Klubwettbewerb war, scheiden sich die Geister. Viele halten ihn für unnötig und uninteressant. Sie verstehen nicht, welcher Mensch sich freiwillig Spiele wie Lincoln Red Ims gegen Slovan Bratislava, Balkany gegen Sivaspor oder Aberdeen gegen HJK Helsinki ansehen möchte. Der eigentliche Zweck hinter der Conference League wird dabei oft gerne vergessen, denn sie wurde nicht eingeführt, damit sich Top-Klubs aus top europäischen Ligen sich wieder auf internationale Ebene messen können, sondern um kleineren Ligen und Nationen eine Plattform zu bieten, sich auf großer Bühne zu präsentieren. Daher wirkt die Aussage, dass die Conference League unnötig sei, weil sich niemand für die Teams interessiert, meiner Meinung nach sehr arroganten Herablassen, vor allem wenn sie von Fußballfans aus England, Deutschland, Italien und Spanien kommt. Ich persönlich halte die Conference League für eine gute und sinnvolle Einführung. Dennoch gibt es einige Dinge, die mir am neuen Wettbewerb gar nicht gefallen und die diesen ein bisschen kaputt machen. Denn wenn man einen Wettbewerb schafft, für kleine Nationen, dann sollte man ausschließlich für diese da sein. Denn wenn der FC Basel der einzige Verein außerhalb der Top 10 Ligen ist, der es ins Halbfinale der Conference League geschafft hat, dann läuft bei diesem neuen Wettbewerb etwas ganz gewaltig schief. Und der ursprüngliche Sinn hinter dieser Einführung geht absolut verloren. Vielleicht bin ich der Einzige, der das so sieht. Schreibt eure Meinung über den neuen dritten Wettbewerb gerne in die Kommentare. Heute wollen wir nicht darüber reden, ob die Conference League eine sinnvolle oder sinnlose Einführung gewesen war, sondern wir wollen das tun, wofür diese eigentlich geschaffen wurde, die kleinen Teams eine Plattform geben. Denn neben Vereinen wie Dynamo Zagreb, AC Florenz, Osten Villa oder Klub Brücke sind da einige sehr wilde Mannschaften dabei, deren Name man zuvor noch nie gehört hat. In diesem Video zeige ich euch 5 unbekannte Fußballvereine, die 2023-2024 an der UEFA Europa Conference League teilnehmen werden. Nummer 5. FC Spartak Trinawa. Der FC Spartak Trinawa ist ein slowakischer Fußballverein und wurde am 30. Mai 2023 100 Jahre alt. Billy Andeli, zu deutsch die Weißen Engel, gehört mit 6 Meisterschaften, 12 Pokalsiegen sowie 1 Superpokalerfolg zu einer der besten Fußballmannschaften des Landes. Auch international konnte Spartak einiges reißen und erreichte im Europapokal der Landesmeister, heute als UEFA Champions League bekannt, zweimal das Viertelfinale sowie sogar 1968-69 das Halbfinale. 1966-67 gewann man sogar den Metropapokal, der älteste internationale Club-Wettbewerb Europas. Die goldene Ära von Spartak endete Mitte, Ende der 80er Jahre und erst 2018-19 konnte sich die Slowaken wieder für das europäische Geschäft qualifizieren. In der Gruppenphase der UEFA Europa League schlugen sie sich ganz solide und ihnen fehlen nur zwei kleine Punkte, um weiterzukommen. Am Ende wurde Trinawa Tritter und schiet aus dem Wettbewerb aus. In der abgelaufenen Saison 2022-23 belegte man in der slowakischen Fortuna Liga den dritten Tabellenplatz und durch den Gewinn des slowakischen Fußballpokals berechtigte sich Spartak für eine Teilnahme einer zweiten Qualifikationsrunde zur Europa Conference League. Nach einem Sieg über FK Aouda, Lech Posnan und SC Nü Pro 1 in den Playoffs qualifizierte sich Spartak Trinawa erstmals für die Gruppenphase der UEFA Conference League. Zugelost wurde der Verein in die Gruppe H, gemeinsam mit FC Nordschalland, Fenerbahce Istanbul und Ludogorets Rastgrad. Nummer 4. NK Olympia Ljubljana NK Olympia Ljubljana ist ein slowenischer Fußballverein und wurde erst im März 2005 gegründet. Gestartet hat der Verein unter dem Namen NK Besigrad in der fünften slowenischen Spielklasse und schafft es in vier aufeinanderfolgenden Saisons den Aufstieg und 2009 zum ersten Mal die slowenische Spitzeliga zu erreichen. Während dem Durchmarsch in die erste Liga wurde der Verein 2008 in SD NK Olympia Ljubljana umbenannt, um den 2005 aufgelösten Traditionsklub NK Olympia Ljubljana weiterzuführen und damit in der slowenischen Hauptstadt wieder Erstliga Fußball gespielt wird. Davor gehörte der Verein zu den besten des Landes und wurde viermal slowenischer Meister. Der neue NK Olympia Ljubljana wurde Stand heute dreimal slowenischer Meister, viermal slowenischer Pokalsieger und zweimal slowenischer Superpokalsieger. In der abgelaufenen Saison gewann der Verein das Dubel und durfte an der Qualifikation für die Königsklasse teilnehmen. Dort schaffte man es bis in die dritte Runde, aber scheiterte da an Galatasaray. Weitergeleitet wurde man in die Playoffs der UEFA Europa League und verlor auch diese. In der Gruppenphase hat man es dennoch geschafft, zwar nicht in der Europa League, dafür der der UEFA Conference League. Der NK Olympia Ljubljana, der Klub, der Anfang des Jahres aufgrund der Transfersperre vom 1. FC Köln in den Schlagzeilen stand, nimmt erstmals an einem europäischen Wettbewerb teil. Zuglos wurde der Verein in die erste Gruppe, Gruppe A, gemeinsam mit Lille, Slovan Bratislava und KI Klaksvik. Nummer 3. FK Cukaritschki Der FK Cukaritschki, ich hoffe es ist richtig ausgesprochen, ist ein selbischer Fußballverein und wurde im Juli 1926 in Belgrad gegründet. Zu den Zeiten Jugoslawien spielte der Verein überwiegend in den unteren Ligen des Landes und erst 1995 schaffte man es in die erste Liga der Bundesrepublik Jugoslawien, bis man 1998 wieder daraus verschwand. Nach mehreren schwierigen Jahren und einer Fastinsolvenz wurde der Verein im April 2012 vom serbischen Bau- und Großhandelsunternehmen Adok aufgekauft. Durch die Privatisierung verbesserte sich die Lage für Cukaritschki und der Verein entwickelte sich zur Nummer 3 des selbischen Fußballs. 2015 gewann der Verein sogar den selbischen Fußballpokal. In der abgelaufenen Saison 2022-23 beendete der Verein die Liga auf den dritten Tabellenplatz und schaffte es ins Finale des selbischen Fußballpokals, scheitete dort jedoch an roter Stern Belgrad 2 zu 1. Als Tabellendritter in der selbischen Liga qualifizierte sich Cukaritschki sich sicher für die Gruppenphase der UEFA Conference League, könnte sich aber über die Qualifikationsplayoffs theoretisch auch noch für die UEFA Europa League qualifizieren. Dafür hätte man in den Playoffs-Spielen Olympiakos Pireos besiegen müssen, hat man nicht. Deshalb muss sich Cukaritschki sich mit der UEFA Conference League zufrieden geben. Das tut man auch, denn Cukaritschki ist erstmals international dabei. Zugelost wurde man in die Gruppe F, gemeinsam mit Fereshvaros, Fiorentina und Genk. Nummer 2 Breda Blick Der Breda Blick UBK ist ein isländischer Fußballverein aus Copa Vugursch, einer Stadt mit ca. 39.000 Einwohnern. Der Verein wurde am 12. April 1950 gegründet und neben einer Männermannschaft gibt es seit 1972 auch eine Frauenmannschaft. Diese ist mit 18 isländischen Meisterschaften und 12 isländischen Pokalsiegen der erfolgreichste Fußball-Frauenverein auf der Insel. Die Männer hingegen gewann nur zweimal die isländische Meisterschaft und nur einmal 2009 den isländischen Pokal. Genauso wie andere isländische Mannschaften ist Breda Blick kein international großer Name und gehört eher zu den Teams, die frühen internationalen Qualifikationsrunden ausscheiden. Bekannt ist der Klub nur bei Österreichern, da Austria, Wien und Sturmkratz über die grünen-weißen mal gestolpert sind. Sehr peinlich. 2022 holte sich der Verein die zweite isländische Meisterschaft und berechtigte sich dadurch für die Qualifikationsrunde der UEFA Champions League. Da aber die isländische Liga in der 5-Jahreswertung zu den schwächsten 4 Europas eingerankt ist, muss sich der Klub für die Champions League Qualifikationsrunde durch eine andere Qualifikationsrunde qualifizieren. Nach einem Sieg über Trepene und Boudou Knoss erreichte man die erste Qualifikationsrunde der UEFA Champions League und besiegte direkt den irischen Meister, die Shamrock Rovers. Das nächste Spiel gegen Kopenhagen und Mostar verlor man zwar, aber nach einem Sieg gegen FC Struga aus Nordmazedonien qualifizierte sich der Verein sich erstmals für die Gruppenphase der UEFA Conference League. Nicht nur das, Breda Blick ist sogar der erste isländische Verein, der jemals an einem offiziellen Europapokal-Wettbewerb teilgenommen hat. Zugelost wurde der Verein in Gruppe B zusammen mit Makabi Tel Aviv, Kargent und Zoya Luhansk. Bevor wir zu unserer Nummer 1 kommen, gibt es ein paar Teams, die man auch hätte erwähnen können. FC Astana, Fußballverein aus Kasachstan, die haben 2015-16 sogar mal in der UEFA Champions League teil. FK Bodo Glimt, Fußballverein aus Norwegen, könnte man noch durch den 6 zu 1 Erfolg gegen die Roma in der Conference League kennen. Srinjewski Mostar, Fußballverein aus Bosnien und der erste, der jemals am Europapokal teilnahm. FC Nordsjahland, Fußballverein aus Dänemark, der hauptsächlich auf junge Spieler setzt. Zoya Luhansk, Fußballverein aus der Ukraine, der aufgrund der russischen Invasion im Exil in Polen spielt und FC Balkany aus dem Kosovo, der ja schon das zweite Mal dabei ist. Nummer 1. KI Klaxvik Klaksvika Itrotafelak, oder übersetzt auf Deutsch Klaksvik Sports Club, ist ein Profifußballverein, der mit einem durchschnittlichen Marktwert von 93.000 Euro der kleinste der 32 Conference League Teilnehmern ist. Auch der Ort, an dem Klaksvik beheimatet ist, ist für einen Europapokal-Teilnehmer echt außergewöhnlich. Kicken tut der Verein auf den Före, eine zum dänischen Königreich gehörende, aber autonome Inselgruppe im Norden der Atlantik. Circa 400 Kilometer vom europäischen Festland entfernt spielt der Verein im Ort Klaksvik, die mit 5.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Insel ist. Der Verein wurde 1904 gegründet und ist einer der erfolgreichsten föreischen Fußballvereine, der 20 Mal föreischer Meister und 6 Mal den föreischen Pokal gewonnen hat. Dieses Jahr wurde Klaksvik erneut Meister und berechtigte sich für die Qualifikationsrunde zu Eva Schermitz 2022-23. Überraschend schafften es die blauen Schafe es bis in die dritte Runde und verloren dort ganz knapp gegen den norwegischen Verein Molde FK. Trotz der Niederlage hatte Klaksvik sein Ticket für die Gruppenphase der Conference League sicher und qualifizierte sich als erste föreische Fußballmannschaft in der Geschichte für das internationale Geschäft. Wie auch Jubiljana wurde Klaksvik mit Lille und auch Bratislava in die Gruppe A zugelost. Dort ist man der absolute Underdog und jeder Punkt und jedes Tor ist schon ein Riesenerfolg. Aber das Beste, das Beste ist das Stadion des Vereins, wo ich nicht versuchen werde den Stadionnamen auszusprechen. Einfach traumhaft und bestimmt wegen dem starken Wind anstrengend zu bespielen, vor allem beim Elfmeter. Hierfür gibt es auf den Föreur zum Glück eine von der FIFA genehmigte Sonderregel, die es erlaubt, dass ein Mitspieler den Ball für den Schützen festhalten darf, weil er sonst vom Punkt wegrollt. Jedoch habe ich bei meiner Recherche einen Artikel gefunden, der besagt, dass diese Regel, diese Sonderregel überhaupt nicht existiert. Deshalb habe ich selbst beim Föreurischen Fußballverband und bei ein paar Föreurischen Fußballvereinen nachgefragt und jeder, wirklich jeder hat mir geantwortet und sagte mir, dass es so eine Sonderregel nicht gibt. Also ich muss euch enttäuschen, dieser Fakt ist leider falsch. Ja Leute, ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet hier etwas Neues lernen. Schreibt gerne, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare zur Conference League und allgemein, welchen Verein, der hier aufgelistet wurde, kanntet ihr zuvor und welchen noch nicht. Wenn ihr wissen wollt, welche unbekannten Fußballvereine 2022, 2023 in der Conference League teilgenommen haben, dann klickt auf das entsprechende Video in der Endcard. Das war's im Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Das war's im Video.